Das russische IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky zieht sich aus den USA zurück. Damit beendet es seine rund 20-jährige Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten. Dieser Schritt erfolgt, nachdem die US-Regierung im Juni die Software von Kaspersky verboten hat. Ab Ende September wird es dort keine Updates mehr für die Antiviren-Software geben. Kaspersky sieht keine Möglichkeit mehr weiterhin Geschäfte in den USA zu führen und wird weniger als 50 Mitarbeiter entlassen. Unterhaltungsgigant Disney untersucht ein mögliches Datenleck. Die Hektivistengruppe Null Balch behauptet 1,2 Terabyte Daten aus Disneys interner Slack-Infrastruktur geleakt zu haben. Dies umfasst 10.000 Slack-Kanäle, einschließlich aller Nachrichten, Dateien und veröffentlichten Projekte, Code-Login-Daten und API-Zugänge. Disney bestätigte gegenüber Reuters, dass sie den Fall prüfen. Ein US-amerikanischer Datenhändler hat laut eigenen Angaben 3,6 Milliarden Standortdaten aus Smartphone-Apps an Reporter des Bayerischen Rundfunks und Netzpolitik.org weitergegeben. Die Daten stammen vermutlich von mehreren Millionen Menschen aus Deutschland und sind mit einer Mobile Advertising-ID verknüpft. Die Reporter konnten Bewegungsprofile von zehntausenden Personen rekonstruieren, die in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Diese Daten könnten etwa von feindlich gesinnten Staaten zu Spionagezwecken genutzt werden. Der österreichische Hersteller von Wechselrichtern Fronius entlässt erneut hunderte Mitarbeiter. Nachdem im Juni bereits 350 Personen entlassen wurden, kommen nun weitere 650 hinzu. Der Grund dafür ist ein Rückgang im Verkauf von Photovoltaikanlagen. Fronius hat in den letzten zwei Jahren rund 420 Millionen Euro in zusätzliche Produktionsanlagen investiert und 2000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Nun müssen sich tausend dieser Mitarbeiter eine neue Arbeit suchen. Zum Abschluss noch ein Hinweis. Wir bieten unserer Podcast-Community das heiseplus-Abo für die ersten drei Monate zu einem Sonderpreis von monatlich nur 6,45 Euro an. Damit erhalten Sie nicht nur Zugriff auf alle Artikel von heise online, sondern können zusätzlich alle heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Dieses Angebot für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer finden Sie unter heiseplus.de slash podcast. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.